Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzwerb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs transportieren. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Transportiert. Transportierte. Hat transportiert. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich transportiere. Du transportierst. Er transportiert. Wir transportieren. Ihr transportiert. Sie transportieren. Sie transportierten. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe transportiert. Du hast transportiert. Er hat transportiert. Wir haben transportiert. Ihr habt transportiert. Sie haben transportiert. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich transportiere. Du transportiert. Du transportierst. Du transportierst. Er transportiere. Wir transportieren. Ihr transportiert. Sie transportieren. Sie transportierten. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich transportierte. Du transportiertest. Er transportierte. Wir transportierten. Ihr transportiertet. Den Schluss macht der Imperativ. Transportiere du. Transportieren wir. Transportiert ihr. Transportieren sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb transportieren. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Starkne. Sicher. Swayile. stunt 18. Weissel.